Oskarshausen wächst in Freital. Berge von Holzschnitzeln, Kies und anderen Baumaterialien türmen sich noch rund um den ehemaligen Realmarkt in der Burgerstraße Freital. Bald bilden sie den Untergrund für Murmelbahn, Kletterbaum oder Goldschürfareal. Innerhalb des riesigen Gebäudes vollenden Handwerker einen Teilbereich nach dem anderen. Restauranttische, Sitzbänke und Warenschütten aus bunten Brettern stehen verteilt in der Halle. Erste Highlights der Entdeckerwelt für die ganze Familie sind bereits erkennbar und durften erstmals von Pressevertretern bestaunt werden. Hier entsteht Oskarshausen. Die Entdeckerwelt für die ganze Familie auf 9000 Quadratmeter Innenfläche und 7000 Quadratmeter Außenfläche. Also bei den 9000 Quadratmeter Innenfläche haben wir natürlich auch ein paar Technikbereiche. Das ist insgesamt die Gebäudegrundfläche. 4000 Quadratmeter ist der Bereich, der Oskarshausen jetzt praktisch in Fläche bespielt. Und bei dem Rest der Fläche sind wir ja gerade noch in Verhandlungen, wie die Nutzung ist. Und da gibt es ja verschiedene Interessenten, die da sich positioniert haben, wo wir auch vielleicht noch gucken, ob der ein oder andere Bereich von uns genutzt wird. Bei der ersten Vorstellung des Projekts im Frühjahr wurde auch zur Ideenfindung aufgerufen. Was möchten die Freitaler hier vorfinden? Was fehlt in der Region? Was würde gut zu Oskarshausen passen? Und Anregungen gab es jede Menge. Die Resonanz war also auch von Dresden oder auch im Umkreis, die Bolleswalde, teilweise auch aus Pirna, dass wir viele Ideen und Themen bekommen haben, wo Leute sich einbringen wollten oder wo sie gesagt haben, die und dieses Thema könnte interessant werden. Das hat jetzt auch nochmal zugenommen. Man merkt das, weil die Vorfreude ist sicherlich da in der Bevölkerung oder zumindest bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und da haben wir eine ziemlich hohe Resonanz gekriegt. Und als Ergebnis aus dieser hohen Resonanz wollen wir natürlich auch die Leute, die sich da eingebracht haben, auch zu einem exklusiven Pre-Opening dann entsprechend einladen. Oskarshausen soll die gesamte Region kulturell bereichern. Es soll ein einmaliges Erlebnisangebot für Kinder und Familien geschaffen werden. So gibt es viele Angebote im Innen- und Außenbereich. Manches wird kostenfrei sein, manches nicht. Wie soll das funktionieren? Also ungefähr 50 Prozent der Attraktionen sind frei und 50 Prozent sind unterliegender Vergütung. Also wie zum Beispiel das Ponyreiten unterliegt einer Vergütung. Die Holzpferde unterliegen dann eben keiner Vergütung. Sprungkissen sind natürlich frei. Dafür gibt es dann die E-Cards, wo man dann entsprechend bezahlen muss für die Runden. Ich würde es nicht als Bereiche sehen, sondern einzelne Attraktionen sind unterschiedlich zu nutzen. Also es gibt keine Bereiche, wo Personen ausgeschlossen sind, die sie nicht betreten können oder nur gegen Eintritt. Und andere sind frei, sondern das sind eher die Attraktionen, die dann unterschiedlich genutzt werden können. Die Zielgruppe, welche Oskarshausen besuchen soll, liegt im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren. Aber was machen die Eltern, Omis und Opis in dieser Zeit? Gute Frage. Wir haben, glaube ich, ein ziemlich gutes Gastroangebot, das wir hier entsprechend umsetzen und zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch gewisse kleinere Handelsbereiche haben, wo man Produkte aus der Region erwerben kann oder entdecken kann. Und wo man natürlich auch mit den Kindern im Innenbereich viele Aktionen machen kann, wo man zum Beispiel im Keramikbereich mit Porzellan arbeiten kann, wo man in einer Holzwerkstatt über Bausätze, sage ich mal, mit dem Kind zusammen holztechnisch an alten Hobelbänken was entwickeln kann. Das sind natürlich Themen, die dann auch die Eltern und Großeltern entsprechend mit einbinden. 25 motivierte Mitarbeiter wurden gesucht und gefunden. Der Aufbau läuft schnell und reibungslos. Wann können dann die ersten Besucher kommen? Gute Frage. Wir sind jetzt momentan in der Planung, dass wir im Oktober in die Pre-Opening-Phase gehen wollen. Also sprich in die Testphase, wo wir immer wieder mit bestimmten Zielgruppen das eintesten und gucken, wie das entsprechend läuft. Und dann sollte es noch im Herbst eröffnet werden. Also wir sprechen so momentan um den November rum, wo wir dann rausgehen damit an die Öffentlichkeit.